Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin ja so froh, dass jetzt endlich im Recall von DSDS ganz starke Männer sind mit wirklich guten Stimmen. Und die stelle ich euch jetzt gern mal vor. Kevin und Jan haben einen guten Start abgegeben. Und Marvin erzeugt mir mit seiner Reibeisenstimme schon eine Gänsehaut. Sterian ist mit seinen 19 Jahren ein junger und außergewöhnlich guter Sänger. Das merkt man, weil er hat eigentlich das ganze Feeling drauf. Von dunklen Tönen bis hohen Tönen. Er hat Tambre in seiner Stimme und außerdem hört sich seine Stimme so einzigartig toll an. Ja, man merkt auch hier wieder, dass Terian außergewöhnlich ist in seinen Höhen, in seiner Stimme. Aber Kevin hat auch eine tolle Reibeisenstimme. Jetzt guckt euch mal diese Mütze. Männer an. Also eine geile Performance. Die ist wirklich sehr männlich und stark toll. Also der Jan, von dem habe ich noch gar nicht gesprochen. Der Jan ist ja so ein richtig bärenstarker Nordländer mit einer so tollen Reibeisenstimme, die einem total unter die Haut geht. Ja, und Marvin, da habe ich mich ja schon geäußert. Sehr gut. Leute, das sind wirklich vier ganz, ganz, ganz fantastische Sänger. Alle haben ja diese Reibeisenstimme, alle haben ein Gefühl, alle haben mehr oder weniger auch Tambre in der Stimme. Und dieses Paket, was da zusammengestellt wurde mit diesen vier Jungs, ist wirklich absolute Spitzenklasse. Ich hoffe, dass sie sehr, sehr weit damit kommen. Man sollte eine Band mit diesen Jungs machen. Also wirklich super, super. Ja, ich hoffe, dass jetzt bei DSDS, Recall und so weiter noch sehr, sehr, sehr viel Gutes und Spannendes auf uns zukommt. Und wir diesmal auch wirklich noch Ohrenschmaus bekommen können. Also Genuss für die Ohren und auch was für die Seele. Und wenn es euch gefallen hat, ja Leute, dann Daumen hoch und abonniert doch meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Ciao.